ich glaube die gegner wissen allgemein immer was man fort in fast jedem spiel lange bleibt ihr nichts unbemerkt ja wir könnten uns ausruhen das stimmt waren wir aber nicht in erster linie geben wir die einen nebenquist ab und dann können wir die stadt auch verlassen denke ich so viele nebenquist sind hier nicht nicht gerade sagen dass das auch nicht aber nein das wäre nur ein gespräch wir haben im eisgebiet verdammt wenig eulen gefunden wir müssen glaube ich da noch einiges nachholen an wie läuft es mit den zogen in der nevira eiswüste kommt ihr voran wer ist das wir haben alles für dich aus dem weg geräumt das gewählt gebiet sollte für das erste sicher sein wow gute arbeit das macht es deutlich einfacher für die leute in ihr zu Hause zurückzukehren ich weiß es wirklich zu schätzen glaubst du wirklich für die leute ist wieder alles gut sobald sie zurück sind meine man muss sich klar machen alle die verhaftet wurden wurden von irgendjemandem angeschwärzt wir haben klargestellt dass es für uns alle ein neuer anfang ist vergeltung üben ist verboten kennst du kannst du nicht erwarten dass die leute einfach ich weiß eine regel allein reicht nicht glaubt mir ich bin nicht naiv aber wir alle müssen uns so gut es geht einer und unser vergangenheit stellen bevor wir in die zukunft schauen können ja man kann vermutlich nicht einfach so tun als wäre nichts geschehen und 175 sp und noch mal mehr geld mehr geld bedeutet mehr schwere herstellen noch ein auftrag für uns okay wir kommen so schnell hier nicht weg aber ich gehe noch mal in die fähigkeiten matrix verteidigung und elementar verteidigung ja gut ich glaube das würde ich eher nehmen weil unsere vielen nahtoderfahrungen sind schon überwenden so hier unten nehme ich das einmal haben wir das auch endlich fertig das nächste kann man das wahrscheinlich das hier sein wird 155 hochwirbelstung dann ohne niedergeschreckt zu werden okay das einmal ihm das ist ja viel machen wir einmal das machen wir einmal das hier es geht doch woran ja hey bringung können wir sonst noch was tun für uns helfen aber klar dürfte ich euch bitten eine kleine umfrage unter den leuten zu machen das wäre eine umfrage wir müssen viele verschiedene meinungen einholen wie wir diese stadt in eine lebenswerte in einen lebenswerteren ort verwandeln können aber wegen der ständigen überwachung unter der wir alle litten müssen die leute erst so ihre stimme finden du meinst um herauszufinden was die leute denken wäre es am besten einfach zu ihnen zu gehen und sie zu fragen genau kann ich auf euch zählen ja das krieg ich hin ich bin daran gewöhnt um her zu gehen und mit leuten zu reden du hast du dich dagegen eifeln oder ganz im gegenteil machen wir uns ins werk super danke euch beiden dann befragt doch für den anfang ein paar leute in der stadt und schaut wie es läuft gut wir kommen doch noch nicht aus der stadt wie gesagt ich möchte ja die nebenquests machen dadurch kriegen wir fp mit fp sind sehr sehr gut mit fp können wir uns aufwerten jetzt haben wir später noch größere probleme so nummer uno na wenn ihr wenn ihr die meinung der stadtbewohner einholt ich habe was was ihr den silberschwertern ausrichten könnt sagt ihnen dass sie uns händler endlich frei handeln lassen sollen die strahlaugen sind weg also verstehe ich nicht woran es hat hat meine unter uns gesagt das ist unser nachbereich kalak ja wurde kurz vor unserem reich befreit richtig während wir uns hier noch den hintern abfrieren und warten könnten wir längst dabei sein eine ordentliche wirtschaft zu entwickeln wie sieht das aus ich will nicht dass die konkurrenz uns voraus ist das ist sogar ein ganz guter voraus war eigentlich immer schlicht guter dann können sie mit zwei länder schon mal zusammenarbeiten das ist die frage wo sind die anderen die wir noch brauchen ah da hinten ist jemand ok frage beantwortet ich neige in spiel dazu zu springen was ich einen zisloden ändern würde fragst du tja eine sache fällt mir da tatsächlich ein die hinrichtungsbühne auf dem hauptplatz es sollte eine priorität sein sie abzureißen jedes mal wenn ich einem schrecklichen ding nur vorbeikomme stellen sich mir die nackenhaare auf verstehe ich sicher warum ja gut das ist zwar ein weniger nützlicher vorschlag aber jetzt wird es gerade so unverständlich auch noch jemand du fragst die leute was ist die kloten verschwinden und es kann alles sein naja in dem fall der garner welt altem anwesend gibt es dieses riesige unterirdische gefängnissystem weißt du noch ich war doch eingesperrt mir egal wie wie es loswerden zu begraben ist jetzt in die luft war so immer so lange ist nie wieder als gefängnis gehen kann ja gut aber nein theoretisch falls jemand scheiße brauchen wir dennoch ein gefängnis eigentlich also das abzureißen wäre glaube ich eher weniger sinnvoll vermute ich jetzt einfach mal hier durch ich weiß es gibt auch dieses schnellreise thema aber ich bin mit der karte noch nicht ganz klar ich weiß nicht welche karte welches gehen halt immer nur die wege lang guck mal ich will nicht wie die map an sich heißt so nein ich verstehe die leute wollen also dass die hinrichtung verschwindet das kann man ihnen kaum verübeln der händler hat auch recht das sollten wir ebenfalls priorisieren das problem ist was wir mit diesem unterirdischen gefängniskomplex anstellen sollen glaubst mir ich will genauso dass dieser ort für immer versiegelt wird aber da haust du noch ein bewohner der die sache etwas verkompliziert redest du von einem zeugel ja immerhin ist er in einer zelle eingesperrt aber solange er sich da noch herum treibt traut sich keiner einen fuß ins gefängnis zu setzen also wenn wir uns um ihn kümmern ist das problem gelöst oder das würdet ihr für uns tun ich habe schon ein ganzes schlechtes gewissen dass ich euch um so viele großen gefallen bitte hier sind die schlüssel zur zelle das biest ist groß und garstig selbst für zeugel passt da drin gut auf euch auf ja ach dieses riesige wolfsviech na ok ja gut dann erledigen wir das den wollte ich sowieso platt machen war das zweite in dem haus vorher brauchen wir aber items wir haben kaum noch was wir haben alles für unseren letzten kampf ausgeballert jetzt bin ich aber froh dass wir so viel orange und geliehen ohne das hätten wir ein problem gehabt ich weiß nicht ob wir in der nächsten halben stunde noch hier raus kommen ich wollte ja eigentlich beziehungsweise habe ich mir so gesagt dass ich 16 30 ungefähr aufhöre sollte eigentlich eine ganz gute zeit sein weil ich muss die partie auch noch rendern und auch nachher noch einiges an wie es bearbeiten damit das auch ich muss dann endlich hochkommen da muss ich dann heute Abend befassen ich kann dann noch ein bisschen zeit in anspruch nehmen ich weiß nicht 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 ganz sinnvoll. Nein? Ja. Aber rasten. So. Okay. Ja, gut. Und jetzt sind wir übrigens wieder hochgehalten. Dann geht es jetzt mal dem Zeug an den Kragen. Wahrscheinlich wird die letzte Amtshandlung jetzt. So in 40 Minuten wollte ich halt ungefähr aufhören. Nee, weiter Weg. Äh, wir mussten hier lang. Hier lang und da über den Platz. Hier gibt es halt alles super gute FP. Wir wollen ja auch unsere Fähigkeiten aufbessern. Und der Grundgefängnis. Dann mal los. Äh, was wollt ihr? Seid ihr hergekommen, um mich abzuholen und fortzuschaffen? Nein. Wir sind hier, um diese Gefängnungskomplexe ein für alle Mal zu schließen und zu versiegeln. Wollt ihr den Ort hier abregeln? Heißt das, ich muss von ihm verschwinden? Willst du irgendwas sagen? Du bist freiwillig hier? Hast du einen Spitzer, hm? Genau. Das merke ich schon an der Art, wie er sich benimmt. Du hast Angst, dass sich jemand dafür recht, dass du ihn angeschwärzt hast. Also hast du beschlossen, dich hier zu bestrecken, habe ich recht? Ich habe sie nur verpfiffen, bevor sie mir das Gleiche antun konnten. Es war Selbstverteidigung. Dafür bin ich doch nicht zu bestrafen, oder? Standen alle unter diesem Druck. Wenn du mit ihnen sprichst, kommt ihr vielleicht zu einer Einigung. Kein Fall. Ich kann mich ihm nicht einfach so ausliefern. Die würden mich sofort um die Ecke bringen. Würdest du sonst machen? Du kannst ihn nicht ewig verstecken. Wenn ich hier nicht bleiben kann, suche ich mir ein anderes Versteck. Zum Beispiel im unterirdischen Kanal. Da finde ich sicher was. Du bist doch so entschlossen, weiter wegzulaufen. Wieso verschwindest du nicht einfach aus? Du bist es lodend. Weil kein Dorf freiwillig einen völlig fremden, der mich aufnimmt. Außerdem ist es außerhalb der Stadt so kalt, dass ich auf keinen Fall überleben würde. Also wirst du den Rest deines Lebens damit verbringen, dich ängstlich zu verstecken? Das ist doch kein Leben. Halt die Klappe, Junge. Warum interessiert es dich überhaupt? Wie ein Mistkerl, wie ich, sein Leben lebt. Weißt du, ich weiß nicht warum. Aber ich glaube, dass es dir wesentlich besser damit ginge, nochmal komplett neu anzufangen. Bei dir klingt das so verdammt einfach. Das ist es aber nicht. Du erinnerst mich an diesen älteren Kerl, der hingerechnet werden sollte. Ich war echt so wie du. Er forderte die Leute dazu auf, nicht so zu sein wie wie er und sich zusammenzureißen. Wäre er nicht in diesem Schlamassel, wenn ich das könnte. Auch durch selbst, wenn sie unter keinen Umständen verlieren wollen, fragte er. Halt es fest und lass es nie wieder los. Verdammt. Warum musstest du auch losziehen und dich wie dieser Rebell aufführen? Jetzt muss ich arme Seele wieder weg von hier. Und dann? Wenn ich zu demjenigen gehe, den ich verraten habe und mich entschuldige, glaubst du dann wirklich, dass ich mir anfangen kann? Ja, wenn du es wirklich ernst meinst. Na gut, ich vertraue dir, Fremder. Wünsch mir Glück, ich werde es berauchen. Ja. Bescheid. So, und hier war das Viech auf uns. Ich meinte, du hier mal speichern. Ich kriege nochmal eine dritte Datei an. Hallo! Hallo, Wauzieleinchen. Wie sieht die Zelle aus? Soweit wir sie öffnen, geht der Kampf los. Sind sie bereit? Nein. Eigentlich nicht. Gut, das ist unser Ziel. An die Arbeit. Level 21. Wollte mich mal kackeiern. Naja. Also wahrscheinlich werden wir es nicht direkt schaffen. Wahrscheinlich müssen wir es beim nächsten Mal machen. Nicht beim nächsten Streamen, sondern weil das die Klinge in der Stadt sein sollten. Ich glaube, das könnte, äh, ein Harder-Kampf werden. Ich bin jetzt die Klinge in der Stadt. Ich bin jetzt zumindest der Kampf. Waaaah. Waaaah. Ouch. Waaaah. Okay, wir sind zum Beispiel schon in der zweiten... ...Lebensphase. Nichts. Left. Wearen. Wearen. Um. Oh, helft Amva. ja ich hoffe wir es aber ich bin mir noch nicht zu früh freuen im letzten mal habe ich immer bereut mal muss ich jetzt mal vorstehen, level 21 ok einen kann ich nicht wiederbeleben muss ich einmal ganz kurz unser letztes Orangengiel äh, Orangengiel Fall Orangengiel Was ist das? So. Gleich in der letzten Phase. Jetzt. Hallen ist jetzt mein Sensor. Das mit dem Hallen haben wir schon nicht... Ist zwar mal was anderes, aber haben die Flut gelöst. Scheiße. Ja, okay. Ich hab die Flut gelöst. Weiss. Oh? Ah, ich bin schon wieder tot. Sehr gut. Oh, ich bin jetzt schon wieder. Komm mal. Oh, scheiße. Okay, ich schaffe ihn nicht mehr. So, schaffe ich. Oh Gott. Puh. Alter, warst du auf den letzten Drücker, ey? Äh, erstmal wieder da. Gib meiner Schwester immer noch ein paar Minuten zum Luft holen. Geht's in der Küche von meiner Oma an den Leib. Oh Gott. Ja, wir machen auch nicht mehr allzu lange. Wir machen jetzt, glaube ich, noch bis halb. Also bis 16.30. Und eher. Und dann mal schauen. So, jetzt haben wir aber auch die Schlüssel für... ...die eine Kammer bekommen. Und wir haben keine Items mehr. Wir haben einfach mal keine Items mehr. Wobei... Wobei... Warte mal. Rein theoretisch... ...hab ich ja... ...warte mal. Kannst du ja auch einzeln draus nehmen, ne? Oh, da ist leider kein Ding, das wird drin. Das nehmen wir einmal mit raus. Okay, wir haben nur... ...was zum Wiederbeleben. Leider. Ich hätte auch das Geld nehmen können, aber... ...ich würde es erst mal so versuchen. Das würden wir dann irgendwann merken. Oh, okay. Das funktioniert auch nicht ganz so. Dann können wir uns das gerne... ...dass wir mal daraus holen. Ich hoffe nur, dass kein Kampf kommt. Ja. Damit wir nicht das verwenden. Wir haben ein Glücksreif verhalten. Das Ganze nur für einen Glücksreif. Ich dachte, hier kommt jetzt irgendwas richtig Cooles. So. Ein Glücksreif. Dann können wir die Quest jetzt erst mal abgeben. Und nur uns einmal wieder ins Gasthaus legt. So überleben wir keinen Kampf. Aber ich meine, wir haben nicht so gewinnt, wie es beim ersten Versuch ist. Okay. Ist auch schon mal was. Wenn wir dann vor halb noch aus der Stadt rauskommen, wie die... ...weil nicht. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020